Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebiebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das Geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Ein Killer. Axel. Axel Foley. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommtzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Heute ist mein Glückstag. Sexton Communications befindet sich im Sys-Tech-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Der Doktor. Eventuell ein Marshal. Bleib mal stehen. Du wichs. Bömbel, du. Watson, Waits. Na los. Ich will nicht lange hier rumhängen. Wat hat zum... Zum... Ach, keine Ahnung. Ja, ja, komm. Mach uff. Mach uff die Tür. Ich fühl mich eigentlich sicherer, da ich so einen Typen dabei habe, der eine Knarre hat. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Äh. Gerät gebastelt. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Sie sehen aus. Können Sie uns helfen? Wir brauchen Ehren hier für nicht. Verrat Ihnen nichts. Was steht da auf hier? Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna? Na los, okay? Es tut mir leid. Wahrscheinlich Techniker. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Ja. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Findest du? Es muss doch irgendwas geben. Boah, komm, lass damit rumfahren. Nee, ist ungekippt. Hm. Hab ich... Ich hoffe, Ihr Schiff gibt es wirklich. Ja. Oh Gott. Safe Station. So, jetzt sind wir zu zweit. Er hat eine Waffe. Ich habe nichts. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Aber immerhin etwas. Ich denke jetzt nicht, dass die KI so... Die Station ist alt und eigenwillig. ...totally braindead ist. Also was das Treffen angeht. Das Schießen. Das Piu Piu. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Ja, hier. Knopf. Kann das Enden eigentlich hier rein? Theoretisch? Nein. Seid Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ja. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, wenn wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes. Ein Monster. Warum war jetzt dieses komische Geräusch bei dem Wortmonster? Gucken wir mal zwischen die Ritzen. Ah, da ist nichts. So, irgendwas zum Looten, weil offenbar kann man hier wie in... Ah, Tatsache. Hä, was habe ich da aufgehoben? Ethanol. Sensor? Bindemittel. Schrott. Äh. Ich brauche also genügend Zeit, um mich selber zu heilen. Das ist ja mal interessant. Loot, loot, loot. Sehr interessant. Hier ist wieder nichts. Was gibt es eigentlich hier auf dieser Station? Weißt du? Die komplette Station ist zusammen... ...gefallen. ...verdammt. Verdammt. Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Ey, die haben was? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe. Du machst mich nervös. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber... ...das war deine Idee, nicht meine. Ärger. Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Das müssen wir. Mach auf. Die können nicht drüber, glaube ich. Wir werden bald schlafen müssen. Ich packe das nicht viel länger. Rein da. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh Sie nicht auf, Herzchen. Wenn Sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist Ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Überleben? Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie erleben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, es scheint. Er lebt hier und alles, was es gibt, ist Schrott. Tja, nicht so geil. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Wo? Nehmen Sie genug Batterien mit. Taschenschlampe. Ja, dehnt das Ding noch mehr auseinander. Vielleicht geht es ja kaputt. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Leuchten Sie nicht rum, weil sonst werden wir volle Lotte erwischt. Oh ja, wir haben den Karten-Dingsbums wieder aus dem Kartenschlitz rausgezogen. Es muss doch noch mehr geben. Kann doch nicht sein. Siehste? Ich habe fast was übersehen. Okay, du willst mir sagen, dass er hier lebt. Jetzt könnte sie doch jederzeit sterben. Oh Gott. Ich sehe halt gar nichts. F zum Ein- und Ausschalten. Nutzen Sie Ihre Taschenlampe mit bedacht. Nix. 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 Oh cool, Loot. Irgendein Ausweis. Loot. Boah, die Batterie geht aber da unten links sehr schnell weg, du. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Axel, mach mal. Ich habe Angst. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, toll. Los jetzt. Nicht so laut. rein da. Gott, ich muss so dringend. Ich bin echt gleich wieder da. Also, ich werde wahrscheinlich cutten. Bis gleich. Ich bin echt gut. Ich bin echt gut. Ich bin echt gut. . Und dann alles. Das ist meinst. Okay. aufzuhalten strull pause so kommt man hier von a nach b wenn man am leben bleiben will ja das ist mein schiff ich hab was gehört ja schon gut in ordnung wir müssen zu den anderen irgendwas stimmt nicht es stimmt immer irgendwas nicht nicht dass der sauer will na los irgendjemand wird schon hilfe schicken die haben punkten folgen sie mir ok inventar folgern ernst ach von da kommen ja ich verstehe ja ja ich mach keinen stress jung halt was ist der notfall hier war jemand alle in alarmbereitschaft bleiben haltet eure waffen bereit schießt auf jeden den ihr nicht kennt verstanden bleibt hier während ich unsere vorräte prüfe wie geht es dir alles klar die vorräte geprüft ich was ist hast du dich ein bisschen selbst bedient was zum hängen soll das denn heißen hey der war die ganze zeit bei mir uns fehlen essen munition und medikamente wenn es keiner von uns war hatten wir recht jemand war hier gar nicht gut ich dachte wir wären hier unten sicher verdammt was ist mit dem schloss das joe gebastelt hat da war ich gerade ist noch fest verschlossen augen auf haltet eure waffen bereit jemand muss dem chef bescheid sagen chef das naja der generatoren abgestellt er hat sich selber ausgeschaltet nein jemand ist hier legen wir mal nach kommt mit ich werde mir die ganze zeit ein dass ich es durch die wände geht schon bedfürcht Vielen Dank.